Servus, ich bin der Andi und wir machen in diesem Video einen Danke-Aufsteller. Am Ende eines Videos stelle ich gerne so einen Danke-Aufsteller hin. Es war mir schlichtweg nicht pompös genug, deswegen gibt es jetzt ein Upgrade. Als erstes starten wir mit dem Alu-Teil. In diesem Video wird es keinen Fusion-Teil geben, deswegen blende ich meine Schnittdaten unten rechts ein. So, bis zum Video. Und world-ty trouvé. Ich bin dran, und bei uns nicht möglich. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao.